Und jetzt verteidige ich das Haus! Und zwar so, wie ihr... Ah, Kraft? Ein Igel. Niedelkristall. Niedelkristall. Krystall sind periodisch geformt unter dem Boden, unter einer Kombination von bestimmten Konditionen. Ja, das ist ja schön, dass die unter verschiedenen Umständen alle anders entstehen, aber das bringt mir jetzt nicht im geringsten die Informationen, die ich brauche. Das geht noch nicht. Okay, ihr habt alle eine Waffe, Leute. Ihr könnt euch alle verteidigen. Ihr könnt euch alle verteidigen. Craften. Okay, craften wir Brücken. Hm, ein paar können wir machen. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich mache jetzt mal fünf Stück. Das reicht noch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da fehlen noch zwei, aber ich glaube, ich kann... Doch, ich kann noch zwei machen. Boah, perfekt. Zapf, zapf. Nehmt euch die Brücken! Hä? Wozu baue ich denn da eine Brücke hin, wenn ihr da nicht drauf lauft, die Idioten? Und attack? Was zur Hölle? Angriff! Angriff! Was zur Hölle soll das denn da sein? Hör auf zu ertrinken! Angriff! Okay, 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 alles in, in Lot. Ich verstehe nicht, warum die da immer ins Wasser gehen. Was macht ihr? Warum ertrinkt ihr, wenn ich da gerade Brücken baue? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hier könnte ich eigentlich auch mal eine Fackel hinmachen. Da so. Da so eine Fackel. Und auch mal wieder neue Craften. Äh, wie ging das nochmal? Ich glaube, das war hier Resen und Holz habe ich nicht mehr. Na, wir haben ja noch diese Schleimfackeln. Auch wenn die irgendwie... Wirst du viel Licht bringen? Äh. Alles gut, mein Freund. Da ist schon wieder so ein blöder Geist. Ah, Zombies! Leute, angreifen! Ach du Scheiße, eine ganze Armee! Ah, macht sie kalt! Nicht sterben, nur töten. Den auch. Hau ihn, hau ihn! Jawohl. Wir haben keinen verloren. Sehr gut. So. Jetzt muss da noch die Brücke fertig gebaut werden. Kann man auch so Verteidigungsanlagen bauen? Was ist das denn, ne? Ein Baum? Wächst da ein Baum? Diese blöden Geister. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Macht das Ding da mal kaputt. Blöde Schnecke da. Nicht ertrinken, mein Freund. Komm hoch! Gut. Ähm, craften. Ich möchte ein Bett. Ein Bett. Bett. Da ist ein Bett. Holz. Okay. Da ist Brücke. Wer hat von euch die Brücke? Wer hat die Brücke? Okay. Ich weiß, ich hatte genug Brücken. Na gut. Dann eben auf die harte Tour. Dann müsst ihr eben rüberschwimmen. Ach so, die Brücke steht da schon. Sehr gut. Oder auch nicht. Warum springen hier denn alle drüber? Ah, was ist das? Und da! Irgend so ein blödes Käfervieh. Nee, da fehlt eine Brücke. Genau. Esst euch was. Sammelt was. Alles erlaubt. Nur sterben nicht. Okay. So, der wird noch abgehackt. Oh Gott, hier ist ja alles voll mit diesen fleischfressenden Pflanzen. Und hier könnten wir eigentlich auch nochmal ein paar Steine abhacken. Ich würde gerne wissen, was die droppt. Aber irgendwie traue ich mich noch nicht so ganz gegen die zu kämpfen. Oh, da wächst auch ein Bäumchen. Das ist ja schön. So, jetzt können wir doch bestimmt mit dem Holz, genau, noch eben eine Brücke craften. Und die da hinsetzen. Jetzt gehen die erstmal da runter, anstatt hier hinten weiter zu sammeln. Ihr Pappnasen. Oh, er wollte den Block nehmen. Ja, das geht natürlich nicht. Man muss erst die anderen machen. Immer eins nach dem anderen. Oh, Gold. Cool. Hier unten sind auch wieder fleischfressende Pflanzen. Da ist Gold. Okay. Okay. Okay, 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 okay. So, ich wollte ein Bett machen. Wie geht ein Bett? Ein Bett geht mit zwei Blättern und drei Hölzern. Ich mache erst mal nur ein Bett. Ich mache erst mal nur ein Bett. So, ein Bett. Platziere ich es hin. Ich platziere es hier hin. Da. Da. Da wann. Liebs. Warum auch immer. Da wächst ein Baum. Ziemlich cool, dass auch Bäume nachwachsen. Oh, da ist ein Bett. Sehr schön. Hör auf, um mal ins Wasser zu springen. Da oben liegen noch Sachen. Da ist auch noch mehr Kohle und Sand. Da ist noch mehr. Was ist das? Das ist Silber. Dann ist das hier bestimmt irgendwie so Eisen oder sowas. Bewacht von 10.000 Pflanzen. Go rest. Take control. Ah ja. So geht's. Komm her. Nein. Komm hoch. Go rest. Nein. Select Warf. Go rest. Go rest. Warum funktioniert das nicht? Go eat. Go rest. Go rest. Ihr blöden Scheißzwerge. Ich habe doch ein Bett. Blöden Pisser. Ich habe da alles. Sehr gut. So, wir haben noch ein paar Quests. 20,5, 20,5. Stone Eggs. Wooden Wall. Wofür brauchen wir denn eine Wooden Wall? Was ist das? Build Bad. Okay. Craft Tree. Was sagt mir jetzt mein Craft Tree? Ich habe noch einen. Was fragtbar. Ich habe ein阿l. Aus. Was fragtbar. Vielen Dank.